Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors zweieinhalbtausend Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Iuret! Der Heil! Oh, das war's. Das war ein perfekter Schlag, um einen Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Und ihr seht es, habt es bestimmt schon mal gesehen. Es ist Mittelerde Mordos Schatten. Ja, und hier haben wir das Tutorial. Man muss ein bisschen blocken mit der rechten Maustaste. Relativ einfach. Und dann mit der linken Maustaste schlagen wir drauf. So. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. Ich schlitz dich auf! Oh, yeah. Okay, jetzt müssen wir unserem Sohn da aus der Patsche helfen mit dem ganzen Orkstier. Mir geht's gut! Ihm geht's gut! Er macht die fertig. Kein Problem für ihn. So, links, shift gedrückt halten und linke Maustaste tippen. Haben wir gemacht. Denk an deine Ausbildung. Denk an deine Ausbildung. Hör in dein Gesicht. Hör in deinem Gesicht. Geil. Halte durch. Hör in deinem Gesicht. Durchbleiben. Hör in deinem Gesicht. ich sehe dich nicht jetzt trifft er mich die ganze zeit weit ausholen tiefschmeißen tiefschmeißen so schön das war auch schon die hausse enthält als alle die wir jemals sagen sie sind gefährlich und es sind zu viele geht zu deiner mutter und beschütze sie ich bin direkt hinter dir gehen bin ich tot der tod hat dich verstoßen ist das eine frau ich habe blumen dabei sie singt den ganzen tag schreitest du durch berge weiß und blau auf deinen wegen begleitet dich die liebe deiner frau tanz am stande von anfallers schlaf in selbricht mondenschein verschafft dir selbst manch goldenes jahr mit vielen kostbarkeiten triff heibling elb und zwergen gar sich von ihnen leiten mhm 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 schlucht heil erst nach wie vor Spur. Dir Heil wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Thalion. Scht, scht. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Ich meine, diese Zeitsprünge hier. Wo sind wir denn jetzt? Hier oder da? Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. So, Linkschiff gedrückt halten. Und dann mit der linken Maus das zu töten. Through your head, bitch. Ja. Haha. Wir werden nicht gefaulenzt. Ha. Äh. Äh. In your straw match. Okay. Was machst du hier? Bäm, Alter. Ah. Oh, shit. Dein Schmerz weg, Waldläufer. Nein. 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 Die schwarze Hand verredene Wände. Iored. Nimm sie mit. Iored. Das ist auch so ein super Name. Au. Au. Oh, warum ist der denn so gemein? Oh, shit. Nein, 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 nein. Schau mal. Oh, shit. Ah, ich kann gar nicht hingucken, ey. Das ist aber ganz schön krass hier. Das geht ja gleich richtig ab, das Spiel. Shit. Komm zurück zu mir, Elbenherr. Komm zurück zu mir, Elbenherr. Was ist das für ein Ort? Sieh dich ruhig um. Mordor. Glaubst du mir jetzt, Weitläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Du fluchst reibst uns zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Inneren der Männer und uns. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Und damit nochmal herzlich willkommen zu mit Leide im Modus Schatten. Das kommt mir bekannt vor. Schallion tötete einen Adeligen, Iureth. Sein Leben gehört jetzt Gondor. Vater, wenn du meinen Geliebten ausliefest, werde ich Aussagen, Ascon in Notwehr getötet zu haben. Dann werden wir beide unser Leben für Gondor opfern. Ach so, geht es schon weiter jetzt hier? Was muss ich jetzt nicht machen? Ach, da unten steht das. Das ist so hell. Man kann das gar nicht richtig sehen. Drücken. Schnellreise freigeschaltet. Das Erneuern von Schmiedetürmen. Das ist dann das Zeichen hier. Schalte die Erinnerung des Geistes frei. Leertaste, um fortzufahren. Dies schaltet neue Aufträge, Sammelstücke und auf der Karte frei. Und du hältst zusätzlich auch Mirian. Mirian. Ist, glaube ich, diese Währung hier. Wir gehen immer wieder raus. Halte Leertaste gedrückt und bewege dich nach vorne, um den Vorsprung herabzuspringen. Geil. Oh, Alter. Jetzt geht es schon richtig ab hier. Aber... Den Fehler kann ich beheben. Wollen wir das so ist? Ein Bogen. Wie benutze ich den? Halte rechts gedrückt, um den Fernkampfmodus zu wechseln und dann links gedrückt, um meinen Schuss aufzuladen. Dann haben wir schon drei von vier gleich geholt. Alter. Geht ab, Junge. Den haben wir ja mal eisekalt gemacht, den Typen. Und das wird natürlich schon wahren können. Geh hin zu ihm. Halte zum Greifen links SCG gedrückt und zum Verhören die lehrtafte. Edveno, oh Quarz! Was weißt du über die schwarze Hand, Sauer? So, er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschafft. Was noch? Ich hatte ein Sklaven. Der schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Ein Fass voll Grog. An ihm, ob den Sklaventreiber. Einfach für Grog verkauft. So, die sind die Hauptmänner von Saurons Armee. Sie erscheinen dir als Schämen, da du ihre Identität noch nicht kennst. Druck gelehrt hast, um vorzufahren. Wenn du Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Druck gelehrt hast du, um die Identität dieses Hauptmanns zu erlernen. Gimup, der Sklaventreiber. Du hast Gimups Identität erfahren. Dies wird dir bei der Hälfte, ihn zu finden sein. Titel der Sklaventreiber verrät der Entwürfe seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Und jetzt wird ganz schön viel Text. Wer es lesen möchte, pausieren. Ich mache weiter. Das ist nichts für mich. Ziel befindet sich. Hauptauftrag. Jawohl. Der Taste, um das Ziel zu markieren. Neues Ziel. Dann soll das unser Ziel sein. That should be our target. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. If you can trust an Ork. Ja. Okay. Dann wollen wir mal, ne? Die Hand bewegen. Oh, Alter. Was für ein Bild. Geil. Können wir das nochmal sehen? Golden Symbole sind der Hauptauftrag. Rode Symbole sind Machtkämpfe. Weiße Symbole. Nebenmissionen. Verstanden. Zwei Hauptaufträge im Moment. Verstanden. Können wir das nochmal sehen? Oh. Geil. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nicht geändert. Die Welt ist im Wandel. Neue Auftrag jetzt. Wir können mal gucken hier, wie es hier aussieht. Da müssen wir hin. Hier sind wir. Okay. Leertaste gedrückt und zu sprinten und zu klettern. Geil. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Gleich weggeholt. Geil. Fähigkeitspunkt erhalten. Wie gucke ich das nach? Oh, jetzt habe ich das Interstand eben was und ich habe es nicht gesehen. Shit. Wie kann ich das machen? Wie komme ich hier Inventar oder so? Ne. Ne. Ah, ja. Appendizes. Haben wir da irgendwas? Ah, da kann man hier so weitermachen. Teiljohn. Ja, das sind so Informationsdinger. Mirian ist halt Geld hier. Und Einführung, Konter. Leute, das ist irgendwie... Ne. Oh, jetzt wird es aber interessant. Wir haben einen Fähigkeitspunkt. Guck mal was das erste hier. Hinrichtung. Drücke F, wenn eine Trefferserie aufgeladen ist, um den Gegner hinzurichten. Nach acht Schlägen. Schon ganz geil. Die könnte der Gegner. Stolpern rückwärts werden, betäubt oder fallen zu Boden. Gut, das ist nicht so gut. Ausschalten, Löwe aus der Luft. Das ist ganz geil. Blütteln. Schießen, Verständnis. Prütteln, Explodieren. Karagor Reiten. Ich habe noch keinen Karagor. Komm, ich nehme erst mal das erste hier. Wir müssen zu der Mission. Er hat mich gehört. Mit diesem traurigen, armseligen Blicke in deinen Augen, wirst du heulen? Ich gebe dir mal Gas zum Heulen. Oh. Wie bist du da hoch? Komm runter und kämpf. Dann wenn du das so sagst, dann komme ich doch gleich mal runter und kämpf. Was hältst du jetzt davon? Alter, das läuft. Warum ist er jetzt grün? Bäm, Junge. Wird's gut? Der hat er auch nicht kassiert. Der hat er richtig schön kassiert. Eingabe ausrüsten. Was haben wir jetzt hier? Runen verfügbar. Jetzt habe ich das schon gemacht, oder was? Ups. Chance von 30% bei einem tödlichen Kopftreffer 10% Gesundheit zu generieren. Ja gut. Haben wir was anderes gehabt? Schaltet ein zusätzlicher letzte Chance frei. Ja, wir nehmen das erstmal alles. Wir haben ja eh nichts besseres gerade hier, ne? Wir finden durch auch schon was. Keine Runen. Okay. Äh, zurück, zurück, zurück. Da geht's auch gleich schon wieder ab hier, ne? Zäng, Alter. Macht plus 5. Warum auch immer. Alter, die Stimmen sind ja mega laut hier, ne? Komm her, Fräulein. Wer dich haben. Gerade noch so gekriegt. Warum ist der rot? Komm, ich renne entgegen noch. Ah, der will, dass die mitkommen. Bring, du. Baffa, der Rumtreiber. Wieso sollten wir Zähne auszödern? Ja, dann gucken wir erstmal, wer hier stirbt, ne? So langsam. Ja, Fräulein, also für dich läuft das gerade nicht so gut, ne? Würde ich ja nicht so sagen, aber... Kein Problem für mich, Alter. Das läuft richtig gut, ey. Besser als bei anderen, die das erst... Also ich hab's... Ich hab das Spiel jetzt erst seit heute, ja? Ich hab das jetzt heute installiert. Was übrigens echt krass war. E-halten. Ja, hier bringt nichts. Was richtig krank war, weil, ähm... Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Wovon hab ich gesprochen? Achso, das Spiel hat einfach mal, sage und schreibe, satte, äh, 40 Gigabyte, ja? Und das runterzuladen hat schon ein paar Sekunden gedauert, ne? Ich hab zwar auch, ähm, eine ganz gute Leitung. Dang, Alter. 32.000er Leitung hab ich. Und... Da hab ich eigentlich gedacht, äh... Ich hab keine Elben geschossen. Information sammeln. Warum auch immer ich das gerade kunde? Äh... Wähle ein Ziel, um weitere Informationen zu sammeln. Ja, da der unser Typ hier ist. Ah! Details. Tipp für Schwächen. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße und kann durch... Also, wie wir eben den anderen auch platt gemacht haben. Er leidet Schaden durch Ferneangriffe. Okay. Hast Brandwunden. Gerät in Wut an der Brenn. Kannst Monster schnell töten. Kann dich packen. Kann nicht in Panik. Flüchtet niemals. Das hoffe ich doch, dass er nicht flüchtet. Ähm, wie diese Bleich heute in Panik verfallen sind, als Obdrags Blut auf sie herabgerednet. He! Oh, das sind aber viele jetzt. Oh, 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 oh. Jetzt kommt hier erstmal ne... Alter, warum kann die Hinrichtung nicht? Geh's doch auf, ey. Und... Alter, ich bin schon fast tot. Ah, yes. Da war noch die Hinrichtung. So, und du scheiß Kackennacken verpiss ich jetzt auch. Man darf aber echt nur einmal antippen, um... Kräuter. Hier, Kräuter. Da sind welche. Die holen wir uns erstmal. Erstmal weg snacken. So. Eintrag. Rammentod. Hüte dich vor, ihr Schlinge. Ja, ja, ja. Ich mach das schon, ne? Sammeln da mal deine Kräuter. Kein Problem, mich. So. Wir... rennen mal wieder weiter in die Richtung hier. So, und hören auch schon wieder hier andere Leute. Können wir mal hier hochgehen. Oh, shit. Ja, also mit dem Bogen klappt auch ganz gut eigentlich, bisher. Ah, hier sind so Pfeile, ne? Wie nehmen wir die mit? So nehmen wir die mit. Wir haben einen Toten. Wenn ihr nicht mal draufpasst, dann könnt ihr es allein mit dem Glock aufnehmen. Geht nicht kaputt. Das heißt, vielleicht geht der kaputt und macht den hier so Flächenschaden. Naja, Freunde, ihr habt schon jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Ich mache auf jeden Fall hier noch weiter. Allerdings seht ihr das erst in der nächsten Episode. Hört auf da zu reden und macht meine Abmoderation nicht kaputt, sag mal. So. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Mordor's Schatten. Ruhe, habe ich gesagt. Oh, das gibt es doch nicht. Die haben, die nerven mir nur die Leute. Macht's gut, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Ciao.